Jetzt gibt es wieder das Kneipenduell. Ich bin Jesko und heute ist da Giza Flake. Du hast wahnsinnig viel gemacht. Es ist ganz schwer, dich in kurzer Form vorzustellen. Du bist Theaterschauspieler und du spielst in Serie mit im Kino. Deine erste Kinorolle, Vicky und die starken Männer. Oh yes. Damit bist du bekannt geworden und wir gucken heute von Chemnitz bis nach Hollywood. Und wir fragen uns, was gute Schauspielerei eigentlich ausmacht. Zehn Minuten, jetzt geht's los. Ja, Giza, was muss man da als Schauspielerin eigentlich können, um da gut drin zu sein in dem Job, den du da machst? Da sein. Einfach da sein? Einfach da sein. Mutig sein, glaube ich, gehört ein bisschen dazu und Spaß an der Freude. Okay. Man muss daraus schon ein bisschen Bock haben. Aber das kann ja nicht reichen. Du machst ja eine lange Ausbildung, eine lange Schauspielschule, die du da besuchen musst. Was lernt man da? Was ist das, was du kannst und andere nicht? Es gibt eine ganze Menge Menschen, die keine Schauspielausbildung gemacht haben und trotzdem geil sind. Also das muss man auch sagen. Die sind dann einfach im Leben sehr gut. Was man auf der Schauspielschule auf jeden Fall lernt, ist ein bisschen Technik. Das heißt, wenn es mal nicht läuft, automatisch, dann hast du so ein paar Tricks, dass du dich mal wieder an dem Abend, wenn du Theater spielst oder wenn du in dem Moment vor der Kamera irgendwie denkst, bis heute bin ich irgendwie durch, dann hast du einen Trick und den kannst du dann aus deiner Werkzeugkiste auspacken und dann hoffentlich funktioniert es besser. Aber ich glaube, hauptsächlich geht es darum, ein bisschen Lebenserfahrung noch zu gewinnen und einfach dich bereit zu machen, dich zu öffnen. Diese Grundstimmung mitzubringen, das war ein bisschen auch so, diese Haltung. Bereit zu sein, weil ich glaube, ganz viel ist natürlich Angst. Wenn man so von Kameras abgeschossen wird, klar, dann ist es erst mal so, hallo. So, aber dann einfach zu sagen, ey, das ist hier ein Job und ich mache mich bereit für die Haltung, die ich gerade spiele, für den Text, wenn er sehr schwer ist oder halt für die Figuren für das Projekt. Jetzt kannst du ja relativ viel machen. Du kannst in Serien mitspielen, du kannst im Kino mitspielen, wo auch immer. Theater kannst du auch machen. Was machst du am liebsten? Ich mache immer noch am liebsten Kabarett und Chanson auf der Bühne. Also vor Publikum? Vor Publikum, weil du jedes Mal eine direkte Reaktion kriegst. Du kannst dein Programm jedes Mal so ein bisschen anpassen. Also manchmal hast du die Partycrew da drin, die wollen natürlich dann mehr, uh, und das gibst du ihnen dann. Trotzdem erzählst du ja deine Story und trotzdem machst du das, was du eigentlich machen willst. Du kannst dabei ein bisschen singen, du kannst Geschichten erzählen. Da habe ich so die größte Bandbreite und ich kann am meisten überraschen. Also im Film und Fernsehen werde ich ja oft als die lustige Dicke, die brachiale Dicke eingesetzt. Und auf der Bühne kann ich dann mal die zarten, kleinen Töne machen und dann sagen die Leute, ach guck mal, das steckt vielleicht auch noch in ihr. Und die Möglichkeit habe ich natürlich, wenn ich selber was auf der Bühne mache, viel mehr, als wenn mir jemand von außen sagt, pass auf, wir brauchen dich. Und das ist ja wahrscheinlich auf der Bühne vor Live-Publikum auch die wahre Kunst, so spontan zu reagieren auf das, was im Publikum passiert, improvisieren zu können. Aber du machst ja auch Fernsehen, du machst Kino. Warum machst du dann nicht nur Theater, wenn das ja nicht viel besser ist? Weil das Geile an dem Job ist, dass du eben alles machen kannst. Also du kannst mal einen Gesangsabend machen. Ich habe gerade in Regensburg eine Art Musical gespielt. Dann geht es wieder in ein dramatisches Stück. Dann spielst du mal wieder, nächste Woche spiele ich eine Busticketverkäuferin für einen Film. Du machst alles mal so ein bisschen und entwickelst in jedem Bereich irgendwie deine Stärken und kannst dich in jedem Bereich neu anbringen. Und das macht eigentlich diesen Beruf so geil. Irgendwie nächste Woche mache ich da nochmal ein bisschen Nachsynchron für einen Film, synchronisiere mich selber. Also das ist halt alles, das gehört irgendwie alles zu dem Job und das ist ein Riesenpuzzle. Und wenn das läuft und bei mir toi 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 läuft es sehr, sehr gut, macht es einfach einen Megaspaß. Aber das ist ja die eigentliche Kunst, dass du sozusagen auf der Bühne eben das ablieferst, sozusagen diese spontane Momente nutzt. Film und Kino, da drehst du die 10, 20 Mal, wenn es nicht läuft. Das ist ja eigentlich keine Kunst. Oder? Da brauche ich doch keine lange Ausbildung dafür. Das mache ich so lange, bis es halt läuft. Doch, gerade die Ausdauer. Mach mal 10 Mal das gleiche, aber ein bisschen anders. Das ist halt, wenn du jetzt 10 Mal dieses Bier trinken musst, nimm mal das Glas und jedes Mal weißt du, wie kann man das nicht anders. Also es schmeckt mir jedes Mal. Es schmeckt jedes Mal, aber ich sage dir nach dem 10. Mal schmeckt es anders. Aber es muss genauso frisch wirken, wie beim ersten Mal. Das ist dabei die Kunst. Und das ist ziemlich oft die Kunst. Dann natürlich musst du wissen, wo die Kamera ist. Also wenn die Kamera sehr weit weg ist, dann können deine Bewegungen ein bisschen größer sein. Aber natürlich genauso im gleichen Rahmen. Wenn die Kamera ganz nah auf dir drauf ist, dann kannst du jetzt nicht irgendwie Gesichtskino machen, sondern musst viel, viel feiner arbeiten. Und das sind so Sachen, das schleift dich natürlich mit der Erfahrung ein und mit der Zusammenarbeit, mit wem du zusammenarbeiten kannst, welche Rollen du spielen darfst. Aber eigentlich ist doch doof, weil ich bekomme doch beim Film keinen Applaus. Wer soll denn da klatschen? Der Produzent, vielleicht nur ein, zwei Leute da hinter der Kamera. Aber das habe ich doch nur auf der Bühne. Davon lebt doch der Schauspieler. Vom Applaus. Nee. Du lebst nicht vom Applaus. Ich finde Applaus ist geil und Applaus ist auch eine schöne Bestätigung. Und die tut auch gut. Aber ich mache ja, ich meine, der Steuerberater sitzt jetzt auch nicht an seinem Schreibtisch und wartet auf Applaus. Das wäre ein bisschen traurig. Du bist auch kein Schauspieler. Nö. Aber warum erwartet man automatisch den Applaus? Also beim Drehen, das sind ja alles Arbeitsprozesse. Ich gehe da ja auch morgens hin und das ist mein Job. Und das ist ja nicht, auf der Bühne ist es einfach was anderes, weil du halt den direkten Kontakt hast. Und der Applaus kommt dann vielleicht später, indem man angesprochen wird und gesagt wird, ey, das fand ich richtig geil von dir oder das hast du super gemacht oder du wirst neu besetzt oder was auch immer. Beim Film ist der Applaus dann wahrscheinlich die Anzahl von Besuchern im Kino oder so. Aber das ist halt eine sehr kommerzählige Geschichte, würde man sagen. Klar, ist auch Bestätigung. Die Leute gehen in die Kinos. Ja, aber es ist halt materiell, finanziell. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich zum Beispiel Film und Fernsehen nur wegen der Gage mache. Das wäre ja ein bisschen traurig, weil es ist ein Großteil meines Lebens. Und wenn ich das jetzt nur machen würde und da immer leiden würde, das wäre ein bisschen arm. Deswegen, ich habe Spaß daran und ich habe das Gefühl, ich werde auch besser, ich werde konkreter und ich bekomme auch mehr Reaktionen auf mein Spiel. Und das ist eigentlich mir genauso viel wert wie Applaus. Wer viel Applaus bekommt, wer viele Reaktionen bekommt, das ist auch Elvis, unser Wirt. Den kennst du auch. Er ist ein grandioser Schauspieler. Er ist übrigens am besten in der Rolle, die er spielt, in der er seine Gäste mag. Er spielt, dass er seine Gäste mag. Das stimmt, da ist er wirklich recht überzeugend. Das gelingt. Elvis, machst du nochmal ein Bierchen und für dich so eine Weißweinschorde. Ja, ist ja Sommer. Wird wenig getrunken hier. Finde ich aber mal gut, dass du mal einen Unterschied machst. Elvis lacht schon, ja reagiert. Echt, die meisten nehmen Wolters oder wie? Die meisten trinken hier Wolters aus Solidarität mit der Region. Oh. Aber du bist ja schon international unterwegs. Das Problem ist, ich war jetzt monatelang in Regensburg und die haben ja diese süße Plörre, das Helle. Deswegen brauche ich immer so ein bisschen, um mich wieder Wolters einzugrufen. Okay. Aber es geht schneller. Sag mal, da kommt er schon. Da ist er, unser Schauspieler. Ey, wir sind aber auch schnell immer. Da kann man ja als Lindenwirt richtig stolz sein, einen guten Hollywood-Star in seiner Nachbarschaft wohnen zu haben. Hollywood. Was ist denn das? Hollywood. 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 Wie die Stars aus Hollywood. Die Star. Habt ihr aus Hollywood oder was? Letzte Woche war ich da. Alles gut. Guter Punkt. Guter Punkt. Danke. Elvis, du musst halt mal euer Bierchen hier lassen. Elvis, ich wollte das Bierchen haben. Guck mal, er ist so aufgeregt. Er ist selten aufgeregt. Du machst ihn total nervös. Das ist ja nicht auch ein tolles Gefühl. Das ist auch Reaktion. Ja. Die Jacke macht's. Die Jacke macht's total richtig. Ja, ja. Er hat gerade Hollywood angesprochen. Prost, schön, dass du hier bist. Freu mich sehr. Er hat gerade Hollywood angesprochen. Du kommst ja gerade aus Palm Springs, warst ja nominiert für eine tolle Rolle. Eigentlich träumen doch alle deutschen Schauspieler davon, in Hollywood anzukommen. Oder ich meine, wer will denn hier in Deutschland Erfolg haben? In diesem kleinen Land. Ja, das ist halt schon wieder sowas. Das ist halt Applaus, Erfolg. Ich weiß halt nicht, warum manche Menschen diesen Job machen wollen. Ich will auch nicht nach Hollywood gehen. Willst du nicht? Nein. Ach. Also wenn man mir jetzt die Millionen schenkt oder ich sehr viel Geld für eine sehr schöne Rolle kriege, dann mache ich das gerne mal. Aber ich bin jetzt nicht eine von denen, die jetzt einfach nach L.A. gehen würde und sagen würde, ich glaube, ich werde berühmt. Weil ich finde, berühmt sein ist zum Beispiel auch sowas an diesem Job, der mir sehr suspekt ist. Also ja, ich sitze jetzt hier, weil du mich irgendwie irgendwie... In diesem bekannten Format, ja. Es macht dich noch bekannter ohnehin. Ja, aber schon irgendwie kennst. Ja. Und das ist halt eine schöne Auswirkung. Ich kriege jetzt hier zum Beispiel gratis Weißweinschorle. Ist doch geil. Und das umsonst. Ich meine, der Stasein lohnt sich. Hallo. Aber ansonsten, wenn du dann halt irgendwie um 5 Uhr morgens zur Bahn hättest und aussiehst wie Elvis ohne Lederjacke. Aber ich meine, wenn man sich das mal ganz klar anguckt, der Erfolg ist ja bei den Amerikanern. Ich meine, die großen Produktionen kommen ja aus Hollywood. Der deutsche Film spielt ja eigentlich international keine Rolle, wenn man es mal ganz ehrlich sieht, oder? Ja, aber willst du unbedingt, das ist aber immer dieses Großdenken. Willst du denn wirklich auf der ganzen Welt bekannt sein? Was hast du denn davon? Also ich arbeite wahnsinnig gerne mit meiner Sprache zum Beispiel. Und das muss ich ja auf Englisch nun mal anders machen, als ich es auf Deutsch kann. Klar. So Muttersprache und so. Englisch habe ich jetzt keine wahnsinnigen Schwierigkeiten mit, aber trotzdem ist es ja, ich kann ja viel feiner hier arbeiten, als ich es da kann. Dann habe ich hier Kontakte. Ich habe hier noch ein Riesenfeld zu beackern. Ich habe hier noch Rollen zu spielen. Ich habe hier Kontakte. Warum soll ich jetzt sagen, ich will aber nach Hollywood? Das ist ja einfach nur ein anderes Business. Und ich glaube schon, dass es da Chancen gibt, wenn man wirklich rüber gehen möchte. Aber unter welchen Bedingungen denn? Dann hockst du da und dann fängst du wieder von vorne an. Du musst in den USA für Castings bezahlen, dass sie dich überhaupt angucken. Das sind alles so Faktoren, wo ich mir denke, boah. Ich meine das auch, die Qualität. Du willst ja, wenn du mitspielst in einem Film, eine gute Qualität haben. Und ich meine die großen Produktionen, die viele Preise, manchmal, manchmal auch nicht, aber zumindest, wenn du einen tollen Film haben willst, findest du ihn in den USA ja häufig. Ja, aber wirst du dann auch automatisch genommen? Die gewinnen ja die großen Preise. Nein, aber ich sage nur, die guten Produktionen kommen daher. Und deswegen ist es natürlich irgendwie, wäre es für mich nachvollziehbar, wenn Schauspieler sagen, ja, ich will da mit dabei sein. Weil der deutsche Film ist halt auch bei, auf der Berlinale, in Cannes, in Venedig, nicht groß präsent. Die Frage ist, was hier natürlich... Hat ja vielleicht seinen Grund. Ja, natürlich, klar, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Aber zum Beispiel, ich kämpfe natürlich auch extrem mit Klischee auf der Besetzung. Und jetzt guck dir mal die aktuellen Hollywood-Filme an. Da gibt es im Moment so diesen Trend, dass du immer so Mädelstrips machst oder so. Und da gibt es die lustige Dicke, die dabei ist. Und was machst du mit? Und das ist doch genau das Gleiche, was in Deutschland läuft. Das ist doch nichts anderes. Aber das ist doch ziemlich demütigend. Oder wenn du dich in Klischees reindrücken lässt, dass du da mitmachst. Dann ist es doch rein für den Erfolg, oder? Wer in dem Business spielt keine Klischees? Davon leben wir. Wir leben ja von Bad Cop, Good Cop, beim Tatort. Gucken sich Millionen Leute jeden Sonntag an. Dann geht es ja doch über den Erfolg. Dann lässt du dich in eine Rolle reinpressen, weil du sagst, okay, dieses Klischee brauchen wir. Ich kann das irgendwie erfüllen. Naja, zum Teil bin ich ja privat auch die lustige Dicke. Warum soll ich denn es? Da lasse ich mich allen keinem Klischee zugehörigen. Also ich glaube, jeder erfüllt ja irgendeine Rolle, die einem ins Auge springt. Das Besondere ist, glaube ich, nur, wenn man die Leute überraschen kann. Wenn man das dann eben nicht nur immer ist. In diesem Film, wo ich jetzt gerade die Chance hatte, mal in Palm Springs dabei zu sein, das war dieses Kurzfilm-Festival und da spiele ich eine Fliesenlegerin, die sehr wenig sagt. Und das war so befreiend. Eine aus Brandenburg, mit Brandenburger Dialekt. Genau, genau, richtig. Du musst auch erstmal den Dialekt so ein bisschen können, ne? Ja, aber ich habe, ich habe so eine, ne, ich mache Rutsche. Ich habe ein bisschen Brandenburg. Ja, das war er so, mach doch mal, mach doch mal, mach doch mal. Ja, spontan, du bist Schauspielerin und du musst sofort abrufen können, ne? Muss ich das, ja? Direkt am Set, hier ist das Set. Das ist gut, ja, das machen wir. Ne, das war ein bisschen komisch, weil der Regisseur war aus Kölle. Ja. Und er hat natürlich Kölsch mit mir geredet, ne? Ja, schön. Und dann musste ich Brandenburgisch reden und war so. Gupf. Aber ich hatte eine Pianistin mal und die kommt aus Berlin. Und mit der habe ich ein Berlin-Programm vor zehn Jahren gemacht. Die hat mich so getriezt. Es heißt ditte nicht dat oder dat. Jawohl. Und deswegen war das irgendwie drin. Das hat irgendwie funktioniert. Okay. Also selbst dass selbst Brandenburger gesagt haben, das ist gut, ich übernehme immer gerne Dialekte und kann sie dann aber manchmal nur halb. Das war in der Schweiz zum Beispiel ziemlich scheiße, weil ich war am Flughafen und habe natürlich direkt den Dialekt übernommen konnte. Hast du auch was gespielt in der Schweiz, oder? Da hatte ich mal eine Aufnahmeprüfung, weil ich da auch was machen wollte. Oh, oh, schnell, 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 schnell. Zehn Minuten, ich bin oben. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir machen den einfach aus. Geil. Wir machen den aus. Ich wollte dich gerade noch eine Sache fragen. Ich habe keinen Wecker gehört. Ich muss das kurz noch unterbringen. Du hast gerade wieder Berlin angesprochen. Das ist immer wieder dieses Berlin. Alle Schauspieler sind in Berlin. Warum, um Gottes Willen, seid ihr immer in Berlin? Geh doch mal nach Chemnitz oder so. So, und jetzt komm mal von Chemnitz mit der Deutschen Bahn raus. In Braunschweig fährt der letzte Zug, glaube ich, jetzt um 23.48 Uhr. Wenn du eine Abendvorstellung hast, dann kannst du glücklich sein, wenn du um halb zwölf aus dem Theater raus bist. In Berlin sind die meisten Castings, die meisten Drehs, noch zwei funktionierende Flughafen. Du hast da einfach echt die geilsten Möglichkeiten. Du bist schnell weg und bist wieder schnell da. Und deswegen sind da auch so viele. Die Mieten sind noch recht bezahlbar. Da ist mega viel Leben und du triffst immer jemanden in der Kneipe, der sagt, ja, ich hatte auch richtig einen Scheißtag. Und das hast du halt in anderen Städten manchmal nicht. Nein, bei mir war es so, ich habe in Hamburg am Schauspielhaus mal gespielt. Ich habe in München studiert, ich habe in Köln gedreht. Berlin blieb halt übrig. Berlin blieb übrig. Du bist heute hier. Jetzt haben wir gar keine Zeit mehr für ein Schlussgebung. Was? Weil diese zwei Minuten, die wir uns selber gesetzt haben, sind auch gut. Die gibt es vor, wir halten uns dran. Gisa, ich finde toll, dass du hier warst. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist heute die kleine Bühne. Es ist ein bisschen die Provinz, aber es ist deine Heimatstadt. Deine Heimatstadt, deine Liebe, dein Herz. Nenn Braunschweig nicht Provinz. Okay, umso besser. Es ist, vielleicht sind wir auch das neue Berlin. Wer weiß wie, du warst hier. Tschüss. Danke dafür. Alles Gute für dich. Danke schön. Zu兜 scheduled. Tschüss. 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 Ciao.